So, Herr Hoxen, kann ich meine Waffe eigentlich auch holstern? Puh. Weiß es nicht. Das ist eine gute Frage, ne? Ich finde die Frage immer sehr gut, aber ich weiß es noch nicht mal. Hm. Ah, ich glaube so. Ach, Sie müssen fliegen? Wie fliegen? Wir müssen jetzt einen Sekten außen posten. Ja, der ist doch da hinten. 1960 Meter. Ja, dann gehen wir da hin. Gehen? Wie haben Sie jetzt geholstert? Ich habe einfach mit Kuh und dann auf die Faust. Mit fünf. Oder ganz wahrscheinlich auf fünf so drücken. Ah, ne. Musst du mit Kuh und dann auf die... Äh, shit. Da unten auf die Faust. Alter. Ah, so. Okay. Ja, was? Ah, so. Ja, du kannst mit dem Mausrad dann. Wenn du mit fünf... Dann hast du den Baseballschläger in der Hand. Und wenn du dann nochmal Kuh drückst... Hab ich fünf? Ich habe hier so ein... Ja, du hast eine Keule in der... Äh, wir hören da auf. Schluss jetzt. Äh, ich habe auch sowas. Ich soll fliegen? Ist nicht Ihr Ernst, oder? Ja, wir versuchen mal. Kommen Sie mal. Wo wollen Sie denn sitzen? Ja, wo setze ich mich wohl hin? Nach hinten natürlich. Ja, setzen Sie sich mal... Ja, setzen Sie sich mal rein da. Ja, ich komme mal rein da. Oi. Da. Der soll doch weggehen. Was macht der denn da? Steigen, sinken, freies Umsehen. Na toll. Sind Sie bereit... Oha. Ich bin... ...bereit geboren worden. Warum halten Sie die Waffe raus? Sie wollen... Ich kann nichts dafür. Ja, dann packen Sie die weg. Kann ich nicht. Mit Kuh. Nein, ist verboten. Wenn Sie unser Cockpit kaputt schießen, dann ist aber was los hier. Ich kann nichts machen. So, Adler steigt. Ich steige auch gleich. Ich bleibe aber an der Baumgrenze hier. Ja, meinst du, hier kommt eine Granate geflogen? Das sieht cool aus. Ich kann nichts machen. Ah! Was machst du? Scheiße. Oh, ey. Was macht das denn jetzt? Du... Du holest Brötchen, du. Ah! Oh, wie geil. Du holest Brötchen. Das kann doch nicht wahr sein. Das steigt die einfach aus. Das gibt's doch nicht. Leute. Äh, Leute. Also, ich muss dir mal erklären. Ähm. Man ist es ja so gewohnt. Ne? Man ist es ja so gewohnt. Arschloch. Gott. Doch, lauf. Scheiße. Ich hab's gewusst. Was hast du gehört? Ja, super. Wir müssen jetzt laufen. Ja, denken Sie dran. Bleiben Sie bei mir, falls man ein Bär kommt. Das ist mir scheißegal. Wir haben mich getötet, ey. Sollen wir es gucken, ob da noch Hubi-Schraub steht? Sollen wir noch mal gucken, ob da noch Hubi-Schraub steht? Da stand keiner. Kommen Sie jetzt einfach, wir laufen. Das sind ja nur noch 1800 Meter. Ja, super. Warum springen Sie denn aus dem Hebel? Ja, weil ich gedacht hab. Ich weiß auch nicht, was ich gedacht hab. Ja. Keine Ahnung, weil ich da drücken wollte. Glaube ich lieber lieber eine Waffe in der Hand, ey. Eigentlich wollte ich nach oben und nach links. Oder weil, dann hab ich irgendwie auf E und dann plötzlich war ich draußen. Oder F? Ich weiß nicht. Ich verdrückt. Nein, da steht ein Heli. Ehrlich? Ja, da wird ein Heli angezeigt. Äh, sehen Sie bei mir wieder nicht. Aber, ach, da oben. Ja. Wenn das hier in der Nähe ist. Aber wir müssen, da ist noch was. Aber wir müssen. Oh. Ist das unser Heli? Ja, ist da ein Heli? Äh, wir werden gesehen. Von wem? Was machen sie denn da? Kannst du mal den Köter abknallen? Ach, ist mir egal. Hm, mach ich. Komm weiter, hier oben ist irgendwie so ein Häuschen da. Ja. Ah, hier ist ein Heli. Ja. Hier sind aber auch Gegner. Sollen wir uns die eben schnappen? Äh, ja. Okay. Dann machen wir mal. Den Heli ist unser jetzt hier. Sagt er. Hallo? Äh, du? So. Du siehst mich doch gar nicht. Ich hab ein Harris-Haus entdeckt. Wo ist denn derjenige welche? Hallo? Vielleicht müssen wir da mit dem Fernglas gucken. Äh. Also hier sollen viele, 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 viele böse Menschen sein. Kann ich hier rein? Nee, da komm ich nicht rein. Also hier ist es okay, ne? Guten Tag. Also ich komm hier nicht rein. Oh, da ist ein... Ah, so. Warum komm ich da nicht rein? Hallo? Ist hier jemand? Ne, hier ist aber nix. Warte mal, hier kann man klettern. Vielleicht komm ich halt von oben rein. Hm. Ihr brennt's. Äh, ich würde fast mal sagen, wir nehmen den Heli, wa? Ja, wir nehmen den Heli. Oh, da... Irgendeiner wird mir da angezeigt. Oh? Irgendwie von da hinten kommt wat. Vom... Ah, ah, da, öh, ne Schlange, Hilfe. Wo? Hier hin, hinter mir hin. Die läuft da lang. Die läuft. Oh, okay. Die schlingelt sich da lang. Mach sie kaputt. Die sehen sie ja noch nicht mal. Ich hab mich angegriffen. Die Schlange? Hm. Ja, die zischt doch da, hörst man doch. Das ist ne Klapperschlange. Die klappert doch da. Da kommt noch ein Heli. Ich glaub, unser Heli ist gleich tot. Da ist doch einer. Warte mal, da ist einer. Oh, scheiße. Oh, das Blech brennt alles. Oh, Mann, oh. Lebt der immer noch? Was ist denn das für einer? Jetzt nicht mehr. Jetzt lebt er nicht mehr. Sauber. Kommen sie jetzt rein in den Heli. Ja. Also nicht auf E drücken. Ja, ich versuche es. Wer ist er denn? Will er uns was sagen? Rechtsfrei. Okay. Und jetzt nicht aussteigen. Ich versuch's nicht. Wann sie keinen Scheiß? Will ich sterben. Okay. Okay. Ja, wenn sie okay sagen, hört sie das nie gut an. Mir gefällt das nicht. Ihr okay gefällt mir. Ich wusste doch auch nicht, dass ich da... Gut, eh. Ich wollte doch nur... Wollte doch nur... Links oder rechts? Oben rüber. Oben rüber. Oh, da werden wir angegriffen. Nein, 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 nein. Fui. Hoch, hoch, hoch. Das ist aber Rauch. Da oben ist noch eine Aussichtsplattform. Ja. Wollen wir mal gucken, ob wir die mitnehmen können? Boah. Das sind noch Gegner. Sind das Gegner oder unsere? Nee, ich glaub, die sind Gegner. Oder, nee. Können sie mit Fernglas, mit B? Äh, nee, kann ich hier nicht. Sie müssen mal runter. Nee, wenn da Gegner wären, würden wir anvisiert werden. Da ist nix. Also... Okay, 720 Meter noch. Links vom Rauch bleib ich. Das kommt mir alles so bekannt vor hier, ey. Vielleicht aus ihrem letzten Leben. Déjà-vu. Nee, aber... Auf jeden Fall ist da Rauch. Gehen Sie mal hier auf der Lichtung. Ja, verstanden. Rechts frei, links frei? Hm, mehr oder weniger. Ich werde landen. Zug vor. Ja, runter. Endlich, wir haben es überlegt. Was soll denn das heißen? Hallo? Was ist das denn hier? Kommen Sie mal hin? Holstern Sie mir Ihre Waffe. Ist das nicht, wieder Klatsch-Nixen oder... Nixen? Was? Wieder der Klatsch hier? Ja, sie ja. Ah. Mal wetten? Ach, da muss man wieder so eine Mission mit dem Auto machen. Äh, habe ich hier nicht? Nee, das hat anders. Da muss man wieder mit dem Auto so eine Mission... Packen Sie mal Ihre Waffe weg. Oh, Scheiße. Was ist denn jetzt schon wieder? Ach, ich soll Ihre Waffe wegpacken. Ja, ich vertue mich immer. So. Wo los jetzt? Wir holen uns jetzt halt das... Wir gehen mal so vorsichtig durchs Gelände. Schleichen wir mal. Wir machen das mal sneaky. Hä? Ja, sneaky halt. Ja, bei uns ist das ja wohl... Da ist ein Alarm, da ist ein Alarm. Ja, mit Sneaky und so. Psst. Ich höre reden. Ich bleib einfach mal hinter Ihnen. Ja, sehr schön. Was Sie jetzt machen. Ich will den Alarm auf jeden Fall haben. Ja, ja. Das Alarm? Ja, da ist ein grüner Alarm-Button, Jungfee. Gott. Was ist denn da los? Wo laufen Sie denn hin? Ja, ich gehe jetzt in den Alarm-Dings, damit ich Copperhead-Bahn-Gelände sende. Man kriegt die da ein Orgasm? Entschuldige. Das hört sich so an. Es wird hell. Ja, da ist ein Problem. Aber wir gucken. Wenn sie gesehen werden, müssen wir uns... Da ist der Alarm. Ich sehe hier niemanden. Das ist das Problem. Da ist der Alarm. Normalerweise müssten wir das mit einem hohen Aussichtspunkt. Scheiße. Stopp mal die Aufnahme, Miri. Was denn? Hat geschellt. Ah.